hey leute was geht ab es ist lange her dass wir ein video gemacht haben weil ich war erkältet und meine stimme war nicht so mikrofon gerecht sage ich mal so habe ich lieber gelassen bin immer noch erkältet aber ja trotzdem es läuft jetzt jetzt kann ich wieder reden und jetzt will ich euch ein spiel vorstellen hier slime rancher das ist wie ihr seht ein ganz niedliches spiel worum es richtig geht weiß ich nicht das ist irgendwie ja man hat eine ranch mit schleimen und es ist ein sandbox spiel irgendwie kann man da auch so ein survival dings da machen hier fünf tage überleben wir machen jetzt auch mal einfach adventure hier weil ich habe keinen plan was man hier machen muss und jo so sieht es aus wie ein shooter ja das fängt jetzt mit dem tutorial an das interessiert ja jetzt kein also hier das ist die ranch hier kann man irgendwas aktivieren ok kostet aber was da kann man einen garten bauen ja irgendwas mit hüdern keine ahnung jetzt erst mal sage ich euch die schleime diese hier rosa schleime mit freundlichem gesicht die kann man einsaugen und dann muss man sie hier reinschmeißen ja gibt es hier irgendwo noch mehr schleime hier ist noch einer ich habe es mir mal kurz angeguckt aber nicht wirklich gespielt nur eingestellt deswegen ist auch mein erstes mal das jetzt an zock also es ist wirklich angezockt video kommt so schleimst schleimst du saugst schleime ein hier und ja sonst weiß ich nicht was man hier machen kann das ding ist offline hier unten kann man ja noch ein irgendwelche fähigkeiten was ist das aber man kann seine ranch erweitern also ich muss erst mal die ranch aufbauen anscheinend kann ich die hühner auch einsammeln man kann hühner einsammeln einsaugen war doch hier irgendwas mit hühnern also muss ich das ruhen würde hier reinschmeißen kann ich was kaufen weil 250 habe ich doch wo ist das hühner ding hier learn more ja komm kauf mal das ist das hühner gehege hier das ruhe ist aber schon wieder abgehauen da rein da ich glaube dass ich jetzt alle schleime einsammeln muss und dann hier irgendwie die hühner auch und dann kann ich irgendwie weiter keine ahnung nicht rumzicken einfach auf scheiß schleim zwar irgendwie ist das spiel bescheuert da das ding ich will das einsammeln ja das kann man doch bestimmt hier reinschmeißen genau hier rein ich muss rein schießen ok da steht es ja links rechts habe ich jetzt kann gerade gar nicht drauf geachtet ok dafür kriegt man geld also jetzt gab es elf gold oder was es ist guck mal an da sind ganz viel schleim kann ich die alle auf einmal einsammeln jetzt ruckelt der schleim staubsauger kommt gut mal schön in meine kanue rein hier schleime so ach die muss man einzeln reinschießen äh kann man die 1 aufdrücken? ne kann ich nicht so wieder da was reinschießen ah hier kann man die munition auswählen mit den tasten 2 und 3 so das ist wahrscheinlich zum füttern der schleime die essen das bestimmt also hier ja ok jetzt haben wir 55 gold was sind denn diese ganzen teile hier nix gehören einfach so zur farm anscheinend springen kann man auch sieht ein bisschen aus wie firewatch nur in süß kreis jetzt wir haben hier ein bisschen und dann im kreis ein bisschen das ist du du jetzt wie du Wie dafür hier aber ist es ja voll langweilig ein So das essen die wieder Ist das nichts Muss ich jetzt das die ganze zeit machen oder was total langweilig kann man hier noch woanders hin Kommt erstmal her Das spiel hat auf steam ziemlich gute bewertungen 90 prozent positiv oder so Verstehe ich aber gerade nicht wieso weil irgendwie ist es total langweilig Also ist echt langweilig ich sammle hier als zeug ein und schmeiße sinken irgendwelche gehege rein Sehr interessant Nicht wirklich Das soll das spiel jetzt sein oder was Mal gucken was das andere ist Save and quit ich gucke mir jetzt mal das five day scheiß ding an da das ist mir ein bisschen zu langweilig gerade So Öde gleich wieder löschen das spiel und er ist das gleiche Das fängt jetzt wieder so an das ist das gleiche wird wenn schon nur fünf tage ran oder so Das ist ja langweilig Jetzt will ich nicht mehr spielen Das ist blöd ich mach mal ein bisschen scheiße mit denen Komm kann man den jetzt wieder ein Komm Ich schieße mal ins nirvana mal gucken was dann passiert Geht nicht noch mal Hab ich hin? Ne wo ist er? Da, komm Arschloch Ey es geht nicht Okay Was kann man sonst noch mit ihm machen? Kann man ihm da irgendwo den abgrund runterschießen? Das geht bestimmt Äh Okay man kann sogar sterben Cool Ach Gott ist das langweilig Ne man Ne das ist ja voll scheiße Und das soll positiv sein? Was spielt denn sowas? Ja okay ich fütter sie und bekomme dann diese teile für damit ich mir Geld mehr Geld kriege Ja ist mir klar aber Bluten die? Die schleimen Ne ist mir jetzt blöd Also Es war jetzt ein ganz kurzes Video Ich höre jetzt auf weil mir das Spiel einfach zu doof ist Äh Ja Ich kann es euch nicht empfehlen Also spart euch das Geld Und kauft euch lieber einen Döner oder Was weiß ich was Also ne 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 Danke Ähm Ja Hier gibt es noch Slime-Pedia Ey ne Ey sowas Scheiße Ähm ja Kauft euch nicht Das ist das einzige was ich dazu sagen kann Ist echt scheiße Ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen Wir sehen uns beim nächsten und dann habe ich wieder ein besseres Spiel für euch Das nächste Mal werde ich nämlich die Spiele vorher selber anzocken Bevor ich ein Video davon mache Damit nicht wieder so ne Scheiße dabei rauskommt Naja Macht's gut Leute Haut rein bis zum nächsten Mal Und danke fürs Zuschauen Obwohl es so scheiße war jetzt gerade Ciao ciao